Wir sind auch schon wieder. Ich werde gerade heftig angeschossen. Ich werde gerade wirklich heftig angeschossen. Da ist eine Raketenabwurfstelle. Waaah! Wir hacken das mal. Wir hacken das mal. Wir hacken das mal kurz. Alles easy. Alles easy. Wir kümmern uns da drum. Alles easy. Boah. Meine Güte. Okay. Da oben ist der Sniper. Aber nicht mehr lange. So. Sehr schön. Wir stehen da oben drauf. Wir sind safe. Soweit. Okay. Wo war der Sniper? Wo war der Schlafschütze? Wo ist der Schlafschütze? Ich sehe gerade keinen. Da unten haben wir ein paar Fässer. Okay. Das könnten wir zerstören. Direkt von hier oben. Und den Helikopter haben sie leider schnell auseinandergelegt. Ich müsste eigentlich hier vorne ein Tor sein, nicht? Nee. Okay. Ist kein Tor. Da unten. Ah, stimmt. Jetzt habe ich die Sniper gar nicht. Okay. Warte mal. Ich springe mal kurz kurz runter. Und holen wir die Sniper von da hinten. So. So. Mal kurz nur noch da oben. Aua. Ah. Aua. Hallo. So. Okay. Hat funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Ist die schon leer? Nee. Ist die schon leer? Gar nicht leer. Hä? Manchmal weiß ich nicht so ganz, wie das hier alles vonstatten geht. So. Aufheben. Die nehme ich mit. Okay. Sehr schön. Da wir die jetzt haben, ist alles super. Wir ziehen uns mal hier kurz hoch. Wir ziehen uns mal hier schnell rüber. Oh. Alles klar. Okay. 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 Wir werden hart getroffen. Wir werden hart getroffen. Alles. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Wir sind vorbereitet. Er hatte keine Chance. Okay. Da oben war, glaube ich, noch ein Sniper. Ich weiß es aber nicht. Wir ziehen uns mal kurz hoch. So. Okay. Hier ist keiner. Safe? Safe. Alles klar. Sehr schön. Wir sind vorbereitet. Wir haben die Sniper. Äh. Nein. Ich will... Ich will eigentlich... Visieren. Dritte Maus. Ah. Maus drei. Okay. Ah. Okay. Hast verstanden. Also mittlere Maustaste. Das hat nicht so ganz funktioniert. Das hat funktioniert. So. Da. Wo haben wir noch Leute? Da unten. Dich haben wir. Okay. 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 Ich sag gerade gerne... Okay. Weil ich... So. Die hatten wir alle erledigt da. Wo standen noch welche? Da standen noch welche. Okay. So. Einmal dich. Und einmal dich. Ey du. Stehen bleiben. So. Ich glaube, mehr haben wir hier auch gerade gar nicht. Oder? Da sind eigentlich relativ wenig hier. Okay. Da steht noch einer. Stand einer. Okay. Hier gehen wir gerade alles ein bisschen sneaky vor. Ich hoffe, das ist okay für euch. So. Dich. Und... Und, 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 und. Und wen noch? Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Da steht da nochmal schon einer drauf. Sehr schön. Haben wir auch. Ich weiß nicht, ob da hinten noch einer steht. Der hinten ist safe. Safe. Alles klar. Safe. Safe. Was heißt das für safe? Brücke ist safe. Warum ist die Brücke safe? Das ist merkwürdig. Was ist, wenn ich da drauf schieße? Munition ist alle. Okay. Da passiert jetzt mal nichts. Okay. Also gehen wir jetzt erstmal nach unten. Sehr schön. Ab nach unten mit uns. Zerstör die Satellitenschüsseln. Das machen wir. Seht nach einem Betriebsunfall aus. Okay. Da ist da unten. Brennt alles. Der Streiftochstand. Äh. Brennt auch ein bisschen. Wo schießen die gerade? Da. Okay. Okay. Hallo. Ich muss mal hier die Fässer ein bisschen bewegen. Warum steht denn da oben jetzt einer? Wann geht's los? Was ist da los? Explodiere. Mein liebes Fass. Wow. Ich muss sie weg. 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 Wow. So. Andereinander ziehen. Hallo. Hallo. Weg da. So. Wir sind safe. Wir sind safe. Soweit. Alles gut. Wir stehen hier oben drauf. Safe. Den da unten haben wir. Perfekt. Wir haben dieses Fass. Verbinden wir mit diesem Ding. Hat nicht so ganz funktioniert. Aber egal. was zum Hänker. Was zum Hänker. Alter. Alter. Was zum Hänker. Okay. Mit diesen Fässern kennen wir uns ja aus. Okay. Wir gehen nochmal oben drauf. So. Wir gehen hier runter. Okay. Ich muss sie gerade noch ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Liegen bleiben. Na du. Ich muss mal hier hin. Ich muss das mal kurz deaktivieren. Gut. Jetzt Nummer zwei. Bevor das System zurückgesetzt wird. Ja. Ich weiß aber nicht, wo der Wärmetauscher ist. Ist mir. Muss ich hier hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Alles klar. Ich habe nur gerade nichts, wo ich traue. Womit ich schießen könnte. Aha. Leute. Ich muss mal hier raus. Und aneinander ziehen. Und aneinander ziehen. Sehr schön. Sehr gut. Das war okay. Stehenbleiben. Wir müssen das Tor aufmachen hier. Das machen wir kurz. Äh. Das machen wir kurz. Das machen wir kurz. Das machen wir kurz. Hallo. Alter. Leute. Hallo. Ich bin da hin. Ich bin da hin. Halt dich doch noch fest. So. Hallo. Hallo. Weg da. Liegen bleiben. Und Tor öffnen. Wenn er das Tor öffnet. Die ungeschützten Dinger. Müssen wir gleich zerstören. Wir müssen wir jetzt gleich zerstören. Hallo. 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 Ich will da hin. So. Wir haben die Granaten. Ich brauche mehr Munition. Ich weiß auch nicht, wie man die wirft. Ich weiß nicht, wie man die Granaten wirft. Egal. Wir machen das jetzt so. So. Okay. Ist wieder zu. Ist wieder zu. Alles klar. Dann schmeißen wir uns mal kurz hier in das Auto. Ich weiß gerade nicht, was ich genau mache hier. Ich fahre hier gerade ein bisschen kreuz und quer. Sorry, Kumpel. Da ist. Da gibt es Waffen. Perfekter Parkplatz. Jo. Finde ich auch. Finde ich auch. Hallo. Hallo. Ich will da hin. Jetzt gib mir doch die Waffen. Mann. So. Hier runter. Okay. Aufheben. Sehr schön. Ich glaube, wir haben hier gerade ein bisschen stärkeres Geschütz aufgenommen. Ich will da hin. Und da muss ich die nämlich wieder deaktivieren. Das machen wir kurz. So. Wo ist denn da oben einer? Klappe halten da oben. Vollkreffer. So. Deaktivieren. Dann müssen wir da hin. Das einmal deaktivieren. Hallo. Deaktivieren. Deaktiviere dich schon. So. Dann ziehen wir uns da hin. Schalten wir auf die drei. Und schießen das da rein. Sehr schön. Okay. Wir müssen da hin. Los. Rüber geht's. Da unten sind noch zwei. Ziehen wir uns schnell hin. Zack. Da rein. Und. Da rein. Sehr schön. Die Turbinen haben wir. Soweit ich weiß. Ey. Sind noch nicht kaputt. Jetzt sind sie kaputt. Sehr schön. Okay. Wo haben wir denn noch ungeschützte Turbinen? Ich weiß grad nicht. Ich weiß grad nicht. Ne. Ne. So. Wir haben noch Treibstofftanks. Die wir zerstören müssen. Ah. Das ist auch blöd. Die Spawn-Earths. Wenn die wir da sind. Deswegen gehen wir da mal kurz hoch. Und erlegen die. Okay. Sehr schön. Da unten sind noch Treibstofftanks. Die holen wir uns. Hallo. Ich hab hier kurz was. Er hatte keine Chance. So. Raus da und Feuer frei. Ja, 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 ja. Das ist ein getarntes Clown-Auto. Ey, Leute. Das mal schön aneinander ziehen. So. Das Auto mal da hinziehen. Was? Zum Henker. Kumpel. Kumpel. Los, los. Hallo, Leute. Was zum Henker? Okay. Okay. Ähm. Also. Irgendwie. Klappt das hier noch nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt hab. Ich hab gedacht, wir gehen hier ein bisschen safer durch. Aber, das geht schon klar. Da oben ist einer. Da oben war einer. Sehr schön. Die haben wir. Die müssen wir deaktivieren. Machen wir. Äh, die müssen wir deaktivieren. Machen wir, meinte ich. So. Deaktivieren. Hallo, Leute. So. Kopfschuss-Kombo. Sehr schön. Machen wir gut. Deaktivieren. Wir halten aber auch ganz schön viel aus als Rico. Muss ich ja zugeben. Ein bisschen mehr, als ich erwartet hab. Und los geht's. Okay. Die Turbine haben wir. Die halt. Die Turbine haben wir noch nicht. Warum ist die Turbine noch nicht? So. Jetzt müssen wir da ganz hinten hin. Zu der Turbine. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. So. Okay. Loslassen. Dahin. Hin. Okay. Turbine. 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 Los, 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 los. Hin und Sprang, satz hin. Okay. Alles klar. Alles Sprang, satz aktiv. Feuer. Sehr schön. Drei Turbinen. Zerstört. Ist das Tor nach unten noch offen? Das Tor da unten ist noch offen. Okay. Dahin. Reinschießen, reinschießen. Turbine. Zerstör dich. Sehr schön. Das Tor öffnen wir. Wir unsere Kumpanen. Herzlich willkommen. So. Und sonst so. Was müssen wir noch machen? Boah. Boah, das macht so übel Spaß. Man kann das gar nicht beschreiben. Wo haben wir denn noch was? Der ist getroffen. Liegenbleiben. Der nächste bitte. Das und dich verbinden wir mal. Das und das verbinden wir mal. Das und das. Hallo. Wo ist das denn gerade nicht so? Wie ich mir das vorgestellt hab? Hey Kumpel. Zack. Er wirkt. Sehr schön. Dich Kumpel. Du hängst da oben so schön. Kumpel. Ich wollte dich da oben anhängen. So. Du hängst ja super. Machen wir. Sagen wir mal ein bisschen für Christbaumbeleuchtung. Ein bisschen Deko. Signale. Okay. Darum ist ein Signal. Darum ist ein Signal. Das. Ach so. Solche Signale zum Abwurf. Okay. Da ist gerade jemand runtergefallen. Den nehme ich mit. Hallo. Hallo. So. Ey Kumpel. Liegen bleiben. Ähm. Wir haben jetzt hier zwar alles zerstört. Soweit ich weiß. Ich glaube es ist noch ein Helikopter. Aber. Ich weiß nicht was mir jetzt noch fehlt. Da. Ah. Okay. Habs gefunden. Das ist die zentrale elektrische Einheit. Das Ding ist kugelsicher. Aber garantiert nicht explosionsfest. Jag die Transformatoren hoch. Streu Sand ins Getriebe der Stromversorgung der Armee. Ja. Mach ich sofort. Ich muss hier abgeben. Kleine Probleme. Leute. Mann. Ich muss da ein bisschen reinschießen. So. Liegen bleiben. Kein Saft. Dunkel laufen. Sehr schön. Diese Fässer. Die brauchen die Autos eh nicht mehr. Die brauchen die Autos eh nicht mehr. So. So. Autos. Explodiert mal. So. Alles klar. Easy. Hey Kumpel. Wärmetauscherschalter. Okay. Aber wo sind die denn noch? Wir waren da hinten dran. Deaktivieren. Die deaktivieren. Warum? Die haben wir doch schon mal deaktiviert. Warum denn noch mal? So. Die haben wir deaktiviert. Hey. Das sind die aber. Okay. Hä? Okay. 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 Ah. Die Turbine hier vorne hatten wir noch nicht. Okay. Hallo. Ich muss da runter. Ich muss da runter und hier ein bisschen Kradau machen. Egal. Haben wir aber gerade nicht. Entschließend schießen wir so. Da du diese Basis schon ausgeschaltet hast, haben wir sie mit geklautem Kram aus dir. Boah. Alter. Dieses Fahrzeug ist jetzt freigeschaltet. Ja. Sehr schön. Leichtum-Exklusion. Herausforderung. Eine Höhentour-Herausforderung. Eine Spritztour. Eine Helikopter. Irgendwas. Und drei von drei. Hast du auch gefüllt? Wo machen wir weiter? Wie wir es mit ein bisschen Training in der Kruppe kommen. Alle verfügbaren Einheiten. Melden Sie sich. Bitte kommen. Ich hätte wissen müssen, dass du überlebt. Was brauchst du? Ja, du hast Diravello und Floh ins Ohr gesetzt. Und Costa del Porto wird in Kürze die volle Wucht seiner Enttäuschung zu spüren bekommen. Ich dachte, das interessiert dich und deinen Kumpel vielleicht. Danke, Sheldon. Mario, bist du da? Ich hab's gehört. Wir treffen uns vor der Stadt. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Vielen Dank.